Ok, servus. Es geht weiter bei die Sims 3. Und wir werden heute nichts basteln, gell? Zur Aufwechslung, mein Nick. Ja, was ist denn da los? Ja, schön. Der Karl. Ich habe allerdings meine Sims ein bisschen angepasst, gell? Ein paar neue Klamotten spendiert. Jetzt schaut der Karl ein bisschen ausgeflippt aus. Das muss auch mal sein. Ja, warte mal. Jetzt soll ich mal aufs Kluge. Und dann brauchte ich was zum Trinken, gell? Etwas Plasma, bitte. Geschicklichfähigkeit verbessern. Und der hat jetzt, Moment einmal, bei den Fähigkeiten in der Geschicklichkeit, oder? Level 9. Das heißt, ein Level noch, dann ist er in der Fähigkeit perfekt, gell? Das wird dann schon die vierte. Wow. Ja, so mal. Edgar. Der wirft sich an die Kalle ohne, ha? Ja, warte mal, der kann doch. Daher rum, wenn er... Daher rum, wenn er... Daher rum, wenn er... Daher rum, wenn er ein bisschen basteln. Arbeite weiter. Genau. Das tut er. Ball spielen. Oh Gott. Dieser Androide. Der hat echt einen Vogel, ha? Wo geht der hin? Ach so, mit der Kalle, der sagt das. Sieh, warte schon. Hinten im Finstern. Ja, warte mal. Die Jenny. Die ist immer noch in der Arbeit. Aber sie kommt gleich. Und wenn wir uns erinnern, die ist in der letzten Aufnahme, ist die verhaftet worden, gell? Da hat sich das ein bisschen zu bunt getrieben. Ja, sag mal. Sieh, da schön. Die Uschi. Die kann doch. Moment. Bavarian Empire. Weiterschreiben. Die genau wie die Mutter. Begabt in Schreiben, gell? 188 verdient. Jawohl. Einen Stein finden. Baby, das kannst du vergessen. Wir brauchen keine Steine. Wir brauchen Kohle. Ja, was tut der Mikey, ha? Der schläft. Die Athletikfähigkeit perfektionieren. Wow. Ja, wie weit ist denn der? Achso. Der hat schon Level 9. Das heißt, ein Level noch. Dann hätte er die erste Fähigkeit perfektioniert, gell? Ja, wie kommt denn sie da her? Die habe ich vorhin nicht bearbeitet. Relativ schlappig, ha? Baby, zieg dich mal um. Pass auf, nehmen wir mal. Alltag Nummer 2. Und die schaut. Die schaut ja so aus. Was möchte sie? Angeln. Das kann ich nicht. Und der Karl hat was fertig gebaut. Jawohl. Was kann denn der da, dass er die Fähigkeit ausbaut? Upgrade. Unzerstörbar. Warte mal. Das macht er. Und da ist der Hubertus, gell? Der ist ebenfalls gewachsen. Moment, der ist jetzt ein Teenager. Und in neun Tagen wird er zum Jungen und Erwachsenen. Jawohl. Zudem hat er meine einen Job, oder? Oberschüler. Und er ist Qualitätspriefer. Bei uns im Supermarkt. Oh, aber es stinkt. Wobei, er geht schon duschen. Jawohl. Ja, aber es treibt denn der Willi schön. Der springt da draußen rum. Und scheinbar wird's Tag. Wird nicht Zeit. Da wo steht ein Sirum. Ja, sag mal, Jenny. Hast du keinen Hunger, ha? Wir haben bestimmt noch ein paar Reste. Ne, das. Wir haben noch alte Hotdogs. Von vorgestern. Und der Edgardo, der ist schon wieder mit, gell? Diese Pfeife. Edgardo ist Bettpfannen-Endleerer. Wobei, das ist der richtige Job für einen Androiden. Er bricht Schaumbretter. Wo ist da der? Oh, schön. Kung-Fu-Meister Hubertus. Ja, komm mal wieder. Hau das Ding durch. Wie ist das? Bei Schaumbretl geht das noch. Bei einem Holzbretl bricht er sich die Hände. Hunger, oh Gott. Oschi. Du musst was essen. Und wir haben heute Sonntag. Das heißt, sie müssen noch nicht in die Schule. Wo ist denn sie jetzt? Ektas, jetzt steht er und schaut um. Hubertus, hau's ein. Hier geht's wieder. Und irgendwo bümmelt ein Handy. Wahrscheinlich bei meinem Mittler. Ektas. Immer wenn er schläft. Warte, mein Handy. Handruf ignorieren. Das beste Essen der Stadt. Edgardo schläft. Achso, die kann er schläft da. Ja, warte mal. Was könnte man denn heute machen, hau? Wir könnten doch... Ich glaube, bei Gelegenheit könnte man mal wieder in den Urlaub fahren, oder? Aber nicht mehr nach China. Sondern wann er sich. Wir könnten doch... Moment. Eigentlich mal wieder hinten vorbeischauen, oder? Pass auf. Bei der Reitschule. Allerdings brauchen wir dafür ein Pferd. Scheiße. Das ist eine Kneipe. Landgraab wohnt da. Und das, meine ich, war die Villa, oder? Vom Baukeeper. Der wohnt da in dem rosa Haus. Was sagt ich? Was sagt ich? So mal. Der hat weiter schön. Dann brennt der Hut. Der hat jetzt Level 3. Wow. Das ist schon ziemlich gut, gell? Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann kann der Hubertus bis zu sein Foto reinhauen. Guck das. Kampfkunst. Level 3. Und der Mikey hat... ...ebenfalls Level 3. Wow. Warte mal. Gehen wir gleich mal raus. Dann prügel mal den eigenen Buben. Ein bisschen frischbar, gell? Das schaut nie. Oh Gott, ey. Sie sind schon bereit. Mehr oder weniger. Und die Katze mittendrin hat. Und der Karl hat die Spülmaschine verbessert. So mal. Ihr sollt euch prügeln. Hektas. Vater gegen Sohn. Ich glaube, das ist nämlich ausgeglichen, ha? Schaut das aus. Oh Gott. Die sind erst einmal beschäftigt. Der Gato, der pennt immer noch. Und er kocht schon wieder. Der darf das wahr sein. Der kocht den ganzen Lock. Waffeln. Qualität wunderbar. Oh. Die können sich dann nachher gleich mal die Kala reinpfeifen, oder? Und der Meike hat den Hubertus kaputtgeschlagen. Jawohl. Ich glaube, andersrum wäre es schlimmer gewesen. Ich glaube, das ist ein Schub. Ich glaube, das ist ein Schub. Ich glaube, das ist ein Schub. Extrem schwimmen. Ja, warte mal, Meike. Der Meike könnte mal kurz was essen und dann seinen Schub noch gehen. Wir müssen mit der Tamara sprechen. Wer auch immer das sein mag. Und der Hubertus, was tut der? Drei Einrichtungen besitzen. Das dauert ein bisschen. Malereifähigkeit verbessern. Oh, warte mal. Das kann er gerne machen. Verkaufen. Oh. Was hat er denn gemeint? Alter, was ist denn das schön? Abstrachte Kunst. Ich weiß. Das ist weg damit. Jetzt machen wir was Neues. Und zwar mittel. Vielleicht kommt da was Besseres raus. Das war ein Level aufgestiegen. Da war es schnell gegangen. Und der Meike will jetzt mit Feuerspielen. Tut er nicht. Nicht, dass das ganze Haus brennt. Ich habe doch neue Outfits für Meike erstellt. Pass auf. Wir sind nicht jetzt. Nehmen wir mal das da. Oh Gott, was hat er? Ektar's. Ja, warte mal. Ich nehme mein Outfit, ha? Das war das Verkehr. Nehmen wir das andere. Ektar's. Schaut er so aus. Etwas trashiger. Und jetzt werden wir uns mal auf den Weg machen zu der Tamara. Ja, wo ist denn die? Ach, so schaut er das so. Das gleich nebenan. Auf dem Müllplatz oder wie? Na, was tut der? Durchbuddeln. Ja, spinnst du. Da sollst du dumm erfahren. Jetzt hätte ich gemeint, die ist da drum. Ja, was ist denn das da? Eine Gespensterspende. Eine Gespensterspende. Liefere fünf Gespenster ins Wissenschaftsinstitut. Wollen wir. Ja, was ist denn das? Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.